Jetzt wird so rein rasiert. Was passiert hier? Das ist die schlimmste Folter. Ernährte! Moin moin ihr Lieben. Heute geht es weiter mit dem Bisten der schabigsten Spiele. Irr, Abfahrt. Ist es nachsynchronisiert? Es geht los. Es geht los. Die wilde Fahrt. Let's go! Schalte nicht! Wir sitzen in Sibirien! Da ist eine Mauer! Lieber Herr, ich habe gehört, du war sehr brav dieses Jahr. Deswegen habe ich dir was rausgesucht, womit du ganz viel Spaß hast. Das Spiel heißt Gasp und ja, ignori einfach die ganzen negativen Rezensionen hier. 1600. Viel Spaß. Und lasst mal ein Like da. Ja, sonst hau ich euch. Jo, ich werde hier mal reinstecken. Das kann man jetzt als Sound sehr doll... Ja, habe ich mir jetzt wieder reingetragen. Ich habe dir schon gesagt, dass die Wörter nicht in der Mitte der Button sind, aber auch die ganze Menge Overlay ist nicht in der Mitte. Und warum sind hier Penises in der Mitte der Button? Hallo? Respond! Are you okay? Ich sehe den Cursor. Wieso sehe ich denn den Cursor? You're gonna have to choose one and hope for the best. Äh, was ist jetzt hier los? Man sieht die ganze Zeit den Cursor. Und das Game pisst mich jetzt schon tierisch an, Junge. Ja, toll, toll. Danke, Ju. Wie, ah. Ne, looky, looky und dann, oh, ich bin drin. Also, quasi wie beim Poetus. Tarzan, Lord of the Jungle. I am the Lord of the Jungle. Used to matching my wits against others. Used to fighting for survival. I am Tarzan. I am Tarzan. Tarzan is not afraid of hearing. I wouldn't. Das ist ja der Hammer. Remember the name of Tarzan. Hallo, lieber Pelikan. Ich bin Vater. Hallo? Jetzt wird so rein rasiert. So, Wave 1 completed. Next Wave. Targets, bitte, er melde, ja, auf. Schuss, Mom, Sparbereich. Ah, Eil, Junge, das sind nicht mal Wörter. Uuh, ich. Web.de. Web.de hat früher meine E-Mail-Adresse. Würde ich niemandem empfehlen. Wurde einfach gelöscht. Hä? Es geht einfach los? Es gibt kein Menü? Uff. Das, das hab ich, das ist ne Premiere. Das hab ich noch nie erlebt. Man drückt Escape und da ist ein Button. Das sagt ja schon mal alles übers Spiel aus. Bitte raus. So, ich boxe das Vieh mal weg. Also, ich hab ja anscheinend... Alter, ich hab dem gerade den Arsch geguckt und sein Gesicht gesehen. Das ist ja ein Albtraum. Aber ich kann... Oh, doch. Ich boxe ihn. Alter, sein Kiefer. Also alles. Ja. Okay, let's go. Ist Tarzan scared? Ähm, ich... Ähm, ähm... Ähm... Just ran... Also ich ren's einfach geradeaus. Und dann... Abfahrt. Nein, bleib doch gerade! Just ran... Jetzt. Okay, ich spring ein bisschen weiter links ab, dann drifte ich nach rechts. Und dann... ...müsse ich genau bei der Leane landen. Huuu! Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Äh, 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 aah, ja, hier bin ich. Ja, ist zwar krass, oder? Hach, Henno, mein alter Löwenkind für die Partner einen Crime. Wie geht's dir? Ich bin SlideTV. Ich bin jetzt zusammen gerade mit meinem Hund unterwegs. Und ich dachte, ich hab eine Idee, was du mal spielen könntest. Und zwar ist das Epsilon, die Guardians of Sandrine. Vielleicht findest du in diesem Spiel deinen Meister. Ich bin SlideTV, ich grüß euch nach Berlin. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Und, äh, ich werd mir die Haare ganz bestimmt nicht schneiden. Das ist ja ne Überraschung. Ich mach gar nichts. Oh, Junge, es erinnert mich. Hat ein bisschen Polizei-Autowann-Simulator-Vibes. Aber die Mucke. Wie ein Zeitalter dabei sich so hinsetzt. Es ist schon ein paar Jahre her, seit du hier warst. Mensch, verändern sich in solch einer Zeit. Bevor du mein Einverständnis bekommst, will ich sehen, wie du jetzt arbeiten tust. Na gut, was soll ich machen? Giorgio Valentino, ich habe auf dem Stock ein Memo-Pack versteckt. Du Kek. Oh, Polizei. Hier reinstellen. Enter. Police Officer. Get Job. Aha. Ach so, einfach geht das. Äh, äh, hä? Oh, jetzt, ja. Mhm. Okay, also ich bin jetzt hier und ich kann literally gar nicht mit meiner Umgebung interagieren. Ich hör, die ganze Zeit Vogelgezwitscher, ne? Das ist basically das Environment. Junge, ist das ein schlechtes Spiel. Hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wieso darf sowas verkauft werden? Junge, ich habe mit 12 im Far Cry 2 Map Editor mehr hingekriegt. Das ist nicht mal gelogen. Digga, das ist komplett bad. Ja, also, ich habe das Gefühl, reicht jetzt auch langsam. Oh, was ist denn da los? Wer will, wer will Schläge? Wer will? Ach so. Gut, reicht auch, ne? Dies berührte mich sehr. Was ich allerdings selten berühren konnte, waren die beschissenen Affenlianen. Irgendwelche bösartigen Räuberbanden haben wohl alle Lianen im Dschungel mit tonnenweise Gleitcreme benettet. Entschuldigung, wir bleiben ernst. Jo, ich werde mal reinstehen. Okay, hier ist die Garage. Geil. So. Äh, Lambo Maslulago. Gini. BMW. Gön. F. Häää! Äh, okay. Mach mal auf. Es geht nicht auf. Jetzt, wenn ich aussteige. Abfahrt. Ich muss nur aussteigen. Seine Hände! Habt ihr das gesehen? Hä? Ich kann nicht zurücksetzen. Ich, Junge, was ist mit, die Kamera ist invertiert. Ich komme gar nicht klar auf mein Leben. Was passiert hier? Junge, okay. Wir fangen nochmal neu an. Wie heißt das Spiel? Zieh eine Karte simul... Das habe ich noch nie gesehen auf Steam. Sind das die Entwickler? Wie heißt das Spiel? Zieh eine Karte simulator. Gehst du das Spiel? Nein. Wer bist du eigentlich? Warum sitzt du hier eigentlich neben mir, wenn ich hier ein Spiel spiele? Warum sitzt ihr da? Hä? Das ist die Steam-Page von dem Spiel. Hier ist ein 9-Minuten-Video von zwei Random-Dudes, die da Marte und Apfelschorle sich hinter die Kiemen ballern. Und das war's. Schön. Bitte lass es doch die Entwickler sein. Das geht 9 Minuten. Ich habe jetzt eine Minute durchgehalten. Die erzählen einfach nur, dass sie Brüder sind. Kalle und... Ihr habt es vergessen. Kalle und Karl. Es gibt keinen Kontext, warum dieses 9-Minuten-Video auf der Steam-Page ist von Zieh eine Karte simulator. Der hat auch Merch von sich. Kalle Komme... Kalle Comedy. Da ist er. Das ist er. Nach etwaigen weiteren vielen Minuten tatsächlich des Researchens, habe ich alles von Kalle Zilska ausfällig gemacht. Und nirgends gab es eine Erklärung dafür, warum der hier ist. Hier, da, da. Leute, hier. Graphic Design. My Passion. My Bloody Weekend. Wisst ihr, warum manchmal bei so krassen Effekten hier so weiße Streifen am Rand sind? Das ist, wenn die Leute sich von YouTube so ein Greenscreen-Preset holen. Ne? Also, das haben wir ja auch original, glaube ich, gerade im Video. Hier sowas. Original! Ich hab's gefunden! Guck mal, die drei und der eine dünne, der abgeht. Die drei, hier ein dünner, der ab... Das ist... Leute! Was soll ich sagen? Ich bin so krass! Junge! Scheiß auf Jan Böhmermann! Was? NSU-Akte? Ich habe entdeckt, wie bei My Bloody Weekend, die hier das Blut wahrscheinlich sogar illegal benutzen. Das ist doch lizenziert. Das ist doch so ein geiler Effekt. Hallo, hello. Hier ist der Markus von Blind Guardian. LOL! Weihnachtszeit ist Gabenzeit. Und Schrottwichtelzeit. Und da hab ich was sehr Schönes für dich entdeckt. Es gibt ein Spiel auf Steam, was ich dir gerne schenken möchte. Es hört auf den fantastischen Namen L30P4RD. Oder Leopard. Bei so viel Wortwitz ist das hundertprozentig der Hammer. Wie gesagt, das Spiel geht auf uns. Das ist für dich. Wir wünschen viel Spaß. LOL! Süß! Ja, super. Klasse. Äh. What the fuck denn? Ö? Das geht. Ö? Hä? Warum? Was? Hä? Also bei allem, was kommen könnte. Ein Bild von einem Dude, der sich die Haare füllt. Äh, äh. Äh! Ja! Ha! Rainer. Ah, F ist... Alter, bin ich schnell. Mit F habe ich was beschworen. Okay, also Top-Down-Shooter. Ah, mit guter Mucke. Lalalala. Lalalala. Ja, ich bin hyped. Ich bin gelb. Markus ist... Was spiele ich hier? Was spiele ich hier immer? Okay, er hat Apfüllmittel ins Essen getan. Jetzt soll ich auf den Pott gehen, kacken, in den Eimer. Und später kann ich das dann für die Gefangenen verwenden. Mann, der Trailer sah so gut aus. Dann machen wir jetzt den Eimer. Schaut doch nicht zu, mein Gott. Oh, ich werde unmächtig. Ich glaube, das war das ekligste Abscheißgeräusch, was ich hier in meinem Leben gehört habe. Dieses Spiel bringt mich an meine Grenzen. Also. Oh Gott. Die Pfüllsex. Dann würde ich sagen, erst mal eine Ladung ins Klo. Oh, es leckt, so viel ist das. Oh, Leertaste ist... Ausscheißen. Ach, Leertaste ist so Durchfall. Oh nein, da kommt auch Festland. Oh Gott. Leertaste ist so Sprüche... Ehe, da hängt eine Wurst runter. Ach, boah. Also, das ist hart an der Grenze. Das ist, ähm... Überrascht mich, dass Gnu dieses Spiel bereits besitzt. Leute, nach 14 Minuten, dummer Scheiße, wird jetzt Sport gemacht. Oh, der Drop. Freunde, der Drop. Ernährte! Was ist das für eine Scheißproduktion? Ich glaube, wir sollen eine Karte jetzt ziehen. Du hast gewonnen. Hä? Ich weiß ja nicht mal, was ich machen soll. Ich kriege eine Karte. Hier wollte ich mich fangen. Magischer Modus. Das ist deine Karte, merk sie dir. Ihr zeigt mir die Rückseite. Ganz unten. Ganz links. Zweite von oben. Zweite von oben. Nein. Die verarschen. Die verarschen. Ganz unten. Zweite von oben. Ganz unten. Nein. Nein. Warum verarscht ihr mich in dem Game, müsst ihr wissen. Äh, ist das bescheuert. Die bringen ein Spiel raus, welches sich nicht starten lässt. Für 21 Euro. Und dadurch, weil es sich nicht starten lässt, kann niemand sagen, dass das Spiel nicht startet. Und Leute kaufen es. Jo, gib mir all dein Geld. Ich. Der ist barfuß. Hä? Gib mir all dein. Gib mir all dein Geld. So, wir sind jetzt. Äh, scheiß drauf. Wir sind jetzt da. Huh? Das war automatisch. Ich. Wo ist das Auto hin? Wo ist... Meine Füße. Oh? Ah. Habt ihr es gesehen? Okay, also du bist auch unter anderem dran schuld, dass diese Spiele jetzt da so... Ja. Okay. Hast du die selber mit rausgesucht? Also sag dir zum Beispiel My Bloody Weekend was. Ich sah es schon, ja. Okay, dann... Aber das war Dennis. Das war nicht ich. Okay, umso besser. Dann startest doch einfach mal. Also falls du dich wunderst. Ja. Das ist das Spiel. Also... Okay. Genau. Also... Ja. A. Das war vielleicht... B. C. D. B. C. A. Wie lange muss ich das jetzt machen? Hast du dir das schon... Ja, wie lange muss ich das immer machen? Ich hock hier drei Stunden. Ah. Ah. Chicken Feet. First Person Survival's Death Horror Game. I'm sure you've already been informed. A giant chicken? Es zermürbt ein. Dies Format. Ich... New Game! Bitte halt hier. Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Er fotzt, wenn ich klicke. Wir kaufen jetzt erstmal schöne Flowers. Nehme ich. Meet the girl. Where? At the car park near the factory. Ist das die Factory? Ist halt die Frage, ne? Ist das ein Parkplatz, oder? Höh? Das hat ja wirklich nen Plot. Task. Escape. Also, das... Wir wurden überfallen, ja? Das war ein Bait. Auf der Dating App. Der pisst da raus. Ich kann nicht... Ich... Es ist vorbei. Es ist vorbei. Nein. Lasst nen Like da und schaut bei Konami Gliedscher vorbei, ja? Ich geh jetzt in den Urlaub in die Eistonne. Ich fick mich. Lalalalalala. Bis zum nächsten Mal.